Felicitas, Sie haben heute ein tolles Seminar mit Harald Ussarides erlebt. Sie haben viel Inspirierendes sicherlich erlebt. Wie fanden Sie das Seminar? Das Seminar war großartig. Ich habe wahnsinnig viel über mich selbst gelernt und wahnsinnig viel über Führung gelernt. Sich selbst zu führen ist einfach mal das Allerwichtigste. Und bevor man das nicht kann, sollte man auch niemanden anderen führen. Bin ich jetzt mal zumindest für mich zur Auffassung gekommen. Und es ist wirklich großartig, diese Erfahrung zu machen, großartig in dem Seminar so teilzunehmen. Es war eine sehr gute Gruppendynamik. Es hat sich sehr gut zusammengefügt, auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, einfach faszinierend. Würde ich jederzeit wieder machen. Und was nehmen Sie für sich persönlich aus Ihrem Seminar mit? Mehr an mich zu glauben. Definitiv mehr an mich zu glauben. Mehr an mir und mit mir selber zu arbeiten. Mehr Vertrauen zu haben. Und einfach den Arsch hochkriegen. Wie inspiriert Sie Harald Psoridus? Wie er mich inspiriert? Durch sein Auftreten. Durch die Art und Weise, wie er mit Personen umgeht. Wie er mit Menschen umgeht. Wie er die Dinge rüberbringt, die er einem sagt. Man weiß einfach, er hat extrem viel Erfahrung. Das ist sehr angenehm zu wissen, dass man in sicheren Händen ist und weiß, dass man sich da auch Fehler eingestehen kann. Und auch sagen kann, okay, das kann ich nicht oder konnte ich bis jetzt nicht. Und einfach das Vertrauen zu haben, dass er einen weiterführt. Funktioniert sehr gut. Sie haben heute auch eine gewisse Extremsituation erlebt. Sie mussten ein Brett durchhauen, wo Sie am Anfang vielleicht gar nicht wussten, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Wie haben Sie das erlebt und was hat das bei Ihnen bewirkt? Am Anfang ist es beängstigend. Man hat die Ängste, was passiert, wenn ich mich verletze? Was ist? Sehr viele Fragen, sehr viele. Klassisch, das, was man vor dem Seminar hat, Ängste. Und man lernt es selber zu bewältigen. Und das ist das großartigste Gefühl überhaupt, dieses Brettse durchschlagen. Danach ist einfach so eine Euphorie. Unfassbar. Einfach zu wissen, okay, man kann es schaffen. Man kann es ohne Probleme schaffen. Man muss einfach nur daran glauben und es zulassen. Einfach perfekt. Ich würde das nächste Mal auf jeden Fall zwei Bretter durchschlagen. Also hat es sich für Sie gelohnt? Definitiv. Jederzeit wieder. Vielen Dank für das Interview. Bitte gerne.